Mein Name ist Andro Zimas, bin 24 Jahre alt und komme aus Lingen. Ich habe mich für Chemie schon ab der 10. Klasse interessiert. Nach meinem Abi 2010 wusste ich, ich möchte studieren gehen. Ich bin dann auf den Studiengang Lebensmittelchemie gestoßen, habe dann drei Jahre lang studiert und habe während der Semesterferien des Studiums immer hier gearbeitet, um mir mein Studium zu finanzieren. Ich habe dann den Entschluss gefasst, mich hier bei Bärlocher zu bewerben. Mein Name ist Nils Bollmer, ich komme aus Wiedmarschen, bin seit zwei Jahren bei der Firma Bärlocher und mache eine Ausbildung als Industriemechaniker. Mir macht die Arbeit Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist. Meine Arbeitskollegen sind immer für mich da, wenn ich Fragen habe. Die Stimmung in der Werkstatt ist immer sehr gut, alle Leute sind gut drauf, jeder hilft jedem. Ich heiße Fabio Campos de Azevedo. Ich habe in der Realschule die Firma besichtigt und habe mehrere Chemikantentage besucht. Da habe ich den Ausbilder kennengelernt, der hat sich direkt um uns gekümmert, um uns geworben und mir hat das direkt gefallen auf Anhieb, die Firma und auch die Mitarbeiter hier. Deswegen habe ich mich hier beworben. Ich heiße Spiridon Siemers, bin seit 33 Jahren bei Bärlocher tätig. Ich habe meine Ausbildung hier gestartet und bin dann 2008 als Ausbilder gerufen. Jeden Auszubildenden kenne ich sogar noch einen Vornamen. Und teilweise haben wir noch Auszubildende, die in den Ferien oder in den Semesterferien hier sich bewerben. Und ich habe den damals immer gesagt, bewerbt euch und ihr werdet mit sich einen Ferienjob hier kriegen. Bis jetzt hat Bärlocher das immer ermöglicht. Mein Name ist Mario Koch. Ich bin seit 27 Jahren bei der Firma Bärlocher und hier am Standort Lingen als Produktionsleiter tätig. Am 01.08.1988 habe ich meine Ausbildung hier zum Chemikanten begonnen. Dann habe ich im Anschluss 1996 meinen Industriemeister Fachrichtung Chemie gemacht mit anschließender Ausbildereignungsprüfung. Durch die Firma Bärlocher hatte ich auch die Möglichkeit, auf internationaler Ebene Tätigkeiten auszuüben. Dabei hat meine Familie mich begleitet. Unsere Heimat ist einfach Lingen. So sind wir dann doch am Ende wieder zurückgekehrt. Bärlocher verbindet die Vorteile einer global agierenden Firmengruppe und die eines Familienunternehmens. Das heißt, kurze Entscheidungswege, hohe Eigenverantwortung und gute Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind weltweit führender Produzent von innovativen Additivsystemen. Unsere Produkte kommen sehr vielfältig zum Einsatz. Sie sind in nahezu allen Kunststoffanwendungen, die uns das Leben erleichtern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017